Denkst du auch, mittellange Frisuren sind langweilig und einfallslos? Dann lass uns mal eins klarstellen. Das ist absolut nicht der Fall. Tatsächlich sind schulterlange Haare unglaublich vielseitig und schmeicheln jeder Gesichtsform sowie Haarstruktur. Und das Beste daran? Sie sind super einfach zu pflegen und bieten unzählige Styling-Möglichkeiten. Hier sind unsere Top 3 Looks für mittellange Haare, die beweisen, wie aufregend diese Frisuren sein können. 1. Die mittellange Pony-Frisur Schau mal, wie cool schulterlanges Haar mit einem Pony aussehen kann. Dieses Model rockt einen Shaggy Bob, der durch den Out-of-Bet-Look lässig und trendy wirkt. Mit ein wenig Sea-Salt-Spray kannst du diesen Look ganz einfach nachstylen. Einfach die Haare durchwuscheln und voila, du bist fertig. Dabei solltest du den Pony natürlich nicht vergessen. 2. Halblange Haare mit Beachwaves Leichte Wellen verleihen schulterlangen Haaren nicht nur einen tollen Look, sondern lassen sich auch spielend leicht stylen. Die Beachwaves hängen sich aufgrund ihrer Länge nicht so schnell aus, besonders bei Bob-Frisuren nicht. 3. Mittellange Haare im Sleek-Look Hier können wir uns wirklich nicht entscheiden, was beeindruckender ist. Die Haarfarbe oder der Haarschnitt. Fakt ist, dass der Bob im Sleek-Look und das Eisblond einfach perfekt zusammenpassen. Diese Kombination sorgt für einen eleganten und modernen Look, der dich sicherlich strahlen lässt. Also, warum nicht mal etwas Neues ausprobieren und deinen schulterlangen Haaren einen neuen Schwung verleihen? Du wirst erstaunt sein, wie vielseitig sie wirklich sind. Das ist praktisch und licence. Vielen Dank.